Safety ist Safety. Safety ist die Mutter der Porzellanen-Kiste. Oh, ein Flammen! Ne, ein dicker Maschinengewehr, Fuzzi! Ach, du fressen, Alter! Such dir sofort Deckung! Ja, schieß erstmal nach oben ins Deck. Alles klar! Und der wirkt Krabgranaten! Krabgranaten! Ich hab ein Auge geschossen, hab ich ihn! Ich glaub, wir müssen erstmal zu dem, hä? Ich hab ihn voll in den Arsch geschossen! Nachladen! Ja, genau! Mal die ganzen Granaten ausmenschmeißen! Oh, oh! Oh, ich hab jetzt nur noch Schrot! Okay! Ich würde sicherlich näher ran gehen! Okay, ich würde gerne mal näher an ihn ran und dann... Äh, und? Wo haben wir denn... meine... Gut, er brennt! Und er brennt nochmal! Hey, heil! Oh! Ich hab' ich nicht geheilt! Was ich nicht wollte! Was hab' ich denn noch alles? Nix! Nein, nicht auslustig! Toll, was machen wir denn jetzt mit dem? Wo drauf geht? Ja, ich glaub' eher nicht so! Wir müssen den wahrscheinlich so wie das komische... Ah, Mine! Ich hab' ne Mine! Hast du den Blatt gemacht? Ja! Tanker-Schlüsselkarte! Hier ist auch ne Mine, falls du eine willst! Okay, die kann man auch stapeln! Ich hab' dir irgendwas gegeben! Mie? Ja! Ah, da ist ein Heilkraut! Äh, willst du kombinieren? Ich kann nicht! Ich hab' mich grad auch so sehen angesprayt! Ja, ich hätt' noch was zum... Ja, dann... Gefrüber! Von mir aus! Du hast ja noch ein ganzes Spray! Ja! Deswegen... So, jetzt hab' ich Mine... Mit zwei Schlüsselkarten! Ja, dann ist einer hinten im Safe, würd' ich sagen! So ein Safe? Ja! Oh, dann... Auf zum Safe! Geh' springen! Oh, dann macht der so'n kleinen Hoppser! Da ist sie doch! Tanker-Schlüsselkarte! B! Okay! Oh, da hinten ist schon wieder einer! Da ist er doch, unser Freund! Ach, der da so rumgemöchelt hat! Ach, Mann! Ja! Ich komm' ja schon! Hör' jetzt hoff'm! Ha 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 ha... Hurry up! Hurry up! Hurry up! Hurry up! Hurry up! Hurry up! Es schickt jetzt! Oh, da werden wir beobachtet! Ähm... Weiß' doch, ihr Aperture Science ist immer dabei! Oh nein, ich habe keine Sniper mehr. Scheiße, das alles hier ist explosiv. Guck mal, hier ist noch Sniper-Muni. So, schnell nachladen, komm, 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 Aua, ah, dieser blöde Babsack, so, Knieschuss, das Ende, Vorsicht, wo ist er denn, ich sehe, ah, äh, nicht als draufschießen, jetzt ist er tot. Ja, da unten ist aber noch einer, also, ich weiß, so, den konnte ich zum Glück mit dem Headdy beseitigen, oh, hier ist noch ganz viel Munition, da hinten ist Schrot, ja, Schrot, Schrot habe ich hier massenweise, aber der Rest, der sieht ein bisschen dürftig aus. Ja, Hauptsache, wir haben überhaupt irgendwas. Gold haben wir auf jeden Fall, on mass. Goldkette. Goldkette. Und Goldzahn, ey. Was, wo? Ich habe schon gedacht, du hättest irgendwas gefunden, ey. Und Goldkette. Kette, schon wieder. Gold. Das ist ja wie bei den Hip-Hopern hier. Über die Kettchen, über die Frettchen, umdrehen. Das finde ich richtig cool jetzt mit der Tasse, jetzt, wo man nicht mehr aus Panik einfach da drauf drückt. Kann man sich immer so schnell umdrehen und abbauen. Ein Aufzug. Oh, nein. Chris, 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 Chris. Sag gut. Achso, bist du Chris. Oh, achso. Jetzt sage ich das schon. Ah, da ist unser Penner. Ah, da ist Viskos. You've made it this far. Too bad you won't make it much further. Ah, das ist schluss NSA. The new superior breed of humans, given birth by the progenital virus. The Wesker children were entrusted with endless potential. Of them, only one survived. You. Are you saying I was manufactured? I was to become a god. Creating a new world with an advanced race of human beings. However, all was lost with Raccoon City. Despite that setback, your creation still holds great significance. Now my candle burns dimly. Ironic, isn't it? The right for one who has the right for one who has the right to be a god. To face his own mortality. The right to be a god. You. Arrogant even until the end. Only one truly capable of being a god deserves that right. The right. With Ouroboros. I have that right. The right. The right. Mmhm. Voll cool. Hm. Tja, meine glänzende Präzision mal wieder. Aber ich hab massenweise mehr... Achso, wegen der Snipererei. Ah? Ja, gut. Ich bin mal gespannt... Ne, nicht Spielwenn. Haha. Was tust du? Ich bin mal gespannt, wie viel Geld wir jetzt haben. Jünger! Boah, ich hab schon so 10.000, ohne dass die Schätze verkauft sind. Hier, die Jailbreaker. Nein, nicht kaufen. Haha. Bloß nicht. Hör auf mit dem Scheiß! Verwalten. Alles verkaufen. Schätze. 13.000. Irgendwie kam mir das aber mehr vor. Ja, mir auch. Aber ich, äh... Wollen wir mal ein bisschen verbessern. Trotzdem 27.000. Leck mich. Doch. Stratz. Erstmal die Sniper verbessern. Achja. Komm, die 200, dann ist die auch voll. Zielfernrohr. Was ich mach? Ist ja wohl voll scheiße. Nein, jetzt hab ich das gekauft. Scheiße. Da wollte ich doch gar naut. Ja, aber die Knarre ist nicht so... nicht so das Gelbe vom Ei. Ne? Meinst du? Ne, die hat... Als Anfangsschaden... ...hat die... ...180. Und ist schon halb voll. Dann hat die aber irgendeine andere Fähigkeit. Ja, und meine hier hat jetzt 700. Und ist noch ausbaufähig. Ja, aber was ist denn von der anderen dann die Special halt? Was weiß ich. Ich verkauf's jetzt auf jeden Fall. Sein Scheiß. Oder kannst du sie mir geben und ich kann verkaufen? Weil ich bräuchte... ...Gold. Ja, bringt dir 400. Mist. Verkaufen. Die Minen bringen ja auch nicht, dann behalte ich die mal lieber. Okay, was machen wir dann? Die Sniper noch ein bisschen verbessern, hä? Mit dem bisschen Gold, was wir haben. Mit dem Geld. Die kannst du aber auch gar nicht geben. Ach so. Okay, Mist. Die Kapazität vielleicht noch ein bisschen höher, oder? Vielleicht noch an der Pistole was verbessern. Das wäre vielleicht auch noch mal was. 5000, ja. 10 Schaden mehr. Hm. Weiss ich auch nicht. Ich glaube, ich nehme nochmal Raketen mit. Ich glaube, Pistolen-Munition ist immer noch besser als... ...und nur die Kapazität zu verbessern. Weil 11 Schuss... Die ist so schnell weggeschossen. Wir machen einfach mal die 10 Schaden mehr auf die Pistole und dann hat sich die Sache doch... Ja. Jetzt habe ich nur 4 und mal 4 Dollar oder N, was auch immer das ist. Gold. Ne, N ist nicht Gold. Nachos. 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 Ich komme nicht mehr rein. Gut. Ja, doch. Oh. Du Scheiße. Das gefällt mir gar nicht. Oh. Und ich habe so wenig Munition. Ne, das... Ich habe ja den Schaden genommen. Habe ich schon wieder vergessen. Das sind ja Leichen. Da hockt jetzt bestimmt ein Ultrafeed drunter. Oder daneben. Was hat die denn schon wieder? Die hat sich das Zeug gespillt. Schießt ihr den Kopf weg. Wenn ich so viel gemacht habe... All für dich... Chris. How nice of you to join us. Wesker. Don't worry. Your mission is at its end. Ouroboros is on the eve of its appearance. Six billion cries of agony will birth a new balance. Sorry Wesker, but not on my watch. Albert. You said we changed this world together. Why? I thought they were partners. Wesker doesn't give a damn about anybody but himself. Soon even you will understand, Chris. One glimpse of my new world. And it will all make perfect sense. Show yourself! Unfortunately, it's too late for you. You will not live to see the dawn. Sorry Excella. But it appears Ouroboros has rejected you. Though you have been an excellent asset. I have one last task for you. Albert! What the hell? Wait. Man, schon wieder. Oh man... Oh boy... Oh man... Oh man... Oh man... What the hell? Oh man... Oh man... Oh nein, keine Quicktime-Events. Oh, ja. Jetzt könnten welche kommen. Nee, nee, nee. Scheiße. Schon zu spät. Richtig geil. Das soll ich auswendig können, damit du da direkt reagieren kannst. Oh, nee. Oh, nee. Das ist noch mal. Das ist ein bisschen lappig jetzt hier. Ach so, es geht. Geht das? Ah, ja, jetzt. Hui. Ah, eh. 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 Ich drücke einfach immer weiter. Immer weiter. Jetzt kommt vielleicht was anderes, dann haben wir verkackt. Adi. Adi. Oh, ja, aber das ist eine Scheiße. Oh, Mann, ey. Die wissen doch, dass wir da nicht drauf klarkommen. Oh, Mann, das nervt aber echt. Ja, das ist echt ein bisschen schlecht gemacht. Weg. Weg. Es geht nur springen. So, aber erst mal die ganze Zeit E drücken. Oh, meia. Wo war die Kotze hier? Mann, Mann, ey. Das ist ein Riesenbum wie, ey. Kann sowas Großes so nervig sein? Ich hab doch eh gedrückt. So, kein... Äh, voll zerflatscht. Was war das denn? Ja, warum hast du denn kein E gedrückt? Ich hab doch die ganze Zeit E gedrückt. Ich auch, vielleicht nicht schnell genug. Mister Kacka. Mann, ey. Und nochmal weiter. So, jetzt lass ich nicht ab vom Popper. Oh, Entschuldigung. Ach, mach doch nix. Hab auch schon rum. Das ist alles menschlich. Das macht ja alles sympathisch hier. Äh, ja, 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 ja. Kuh! Das war... Warum denn jetzt auf einmal Kuh? Frag mich da nicht. Ich hab den Scheiß nicht entwickelt. Das ist ja mal richtig geil gemacht, ey. Ja, wieso wir denn so schnell da gucken? Alter, ey. Du musst sowas bieten und demnächst mal jetzt zu spät. Ja, ich komm noch nicht mal von E auf Kuh so schnell und... Ah, jetzt mach ich das mit zwei. Ich wollte ja sonst nix machen. Vielleicht musst du was mit der Maus machen. Wirf bloß auf, ey. Du musst einfach alle Tasten gleichzeitig. Kuh! Ah! Du warst E. Komm wieder E. Oh, nee. Kuh! Alter, was ist das hier? Ah, nee. Ah! Nein, nein, nee, nee! Nee, schnell, 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 schnell! Oh, komm, 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 komm! Oh! Alter, Vater! This way! Oh, komm schon! Oh, ist mal gut. Oh, mein! Haltnäckige Scheiße! So, now what? You think our weapons can hurt that thing? I don't know. We gotta get the hell out of here before we destroy this place. Ach, doch nicht sowas! Alter, ich bin voll gewohnt! Ich bin voll gewohnt! Nein, halt! Mach dir das nochmal zurück! Ich bin voll gewohnt! Ah! Ja, ich auch. Nein, du solltest mir das geben! Ja, ich hab uns geheilt! Ja, hast du noch das eine halbe? Ja, selbstverständlich. Ey, wir dürfen nicht stehenbleiben. Das nervt. Komm erst mal ein Stück weiter, bevor du gleich wieder eins auf die Fresse bekommst. Achtung, es kommt wieder was von oben. Boah, ey! Da, Vorsicht! Hat sie grad voll umgehauen, ne? Ja, ich hab mich geducht. Komm, schnell da rein. Ey, was ist hier los? Ein bisschen Muni wäre jetzt mal geil. Guck mal, ist schon wieder. Da, ist Schwortflinten, ja, toll. Ich könnte mal langsam ein bisschen Pistolen-Muni gebrauchen, ne? Öffnen. Überhaupt nichts mehr hier. Nichts ist drin, ne? Wunderbar. Oh, da ist Gewehrmunition. Da ist auch nichts drin, war ja klar. Ja. Du musst Spinde öffnen, ne? Ja, mach ich ja gerade. Gut. Hast du noch die Minen? Ja, hab ich noch, alle beide. Für Notfälle. Hast du mir gerade noch welche gegeben? Ja, jetzt hab ich drei. In der Saat. Komm, raus. Ja, das sieht aus wie eine fette Tarantel. Ja, oder irgendwie. Buru, Buru, Gedöns. Schmander, Irrsäule, Schlabberzeug, bläh. Ey, da kam ein Toter angerutscht. Das sind ganz viele Tote. Haben die ganz viel Zeug. Der lebt noch. Tot sind die aber noch nicht, ne? Ey. Oh, Mann, wieso denn so einer schon wieder? Oh, Vorsicht. Er hat's auf mich abgesehen. Oder auch nicht. Er hat's auf dich abgesehen. Auch gut. Baller ich ihm jetzt hier alles rein. Aua. Ey, das war gut. Elektroschrocks, okay. Brückenschlüsselkarte aufgehoben. Ey, lebt der Rest hier noch? Guck mal, wo hat man denn noch? Ich kann auf den schießen. Also, seine Eier bluten, aber... Meine Eier würden auch bluten, wenn er drauf schießt. Weiß doch mal nix. Okay. Vielen Dank.